Hallo und herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelese-Anlacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Auch heute am Samstag machen wir Fortsetzung mit der täglichen Bibellese. Und heute habe ich das Thema gewählt, der begeisternde Kern der Reformation. Der begeisternde Kern der Reformation, Apostelschichte 13, 26 bis 43. Wir befinden uns ja im Jahr 2017, übrigens ziemlich auf der Mitte des Jahres. Der 1. Juli markiert ja den Beginn der zweiten Jahreshälfte. Und dieser Text passt wunderbar zu dem Jubiläumsanliegen des Jahres 2017, nämlich 500 Jahre Reformation zu feiern. Zum Beispiel bei uns in der Stadt Sinnelfingen werden wir Ende September, Anfang Oktober ein Wochenende haben, wo alle Kirchen gemeinsam das Reformationsjubiläum begehen. Und das mit gutem Recht, dass der Kern des Evangeliums wiederentdeckt wurde von Martin Luther. Das ist es wert, bedacht zu werden und auch über die Konsequenzen für heute nachzudenken. Und das wollen wir auch mit dem Bibeltext tun, der heute dran ist. Apostelsgeschichte 13, 26 bis 43 am 1. Juli. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und ihr Gottesfürchtigen, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jedem Sabbat vorgelesen werden, mit ihrem Urteil erfüllt. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn von dem Holz und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten. Und er ist an vielen Tagen denen erschienen, die mit ihm von Gandiläa hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Die sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Wie denn im 2. Psalm geschrieben steht, Psalm 2, Vers 7, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen wollte, hat er so gesagt, Jesaja 55, Vers 3, Ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu bewahren. Darum sagt er auch an einer anderen Stelle, Psalm 16, Vers 10, Denn nachdem David den Menschen seiner Zeit gedient hatte, ist er nach dem Willen Gottes entschlafen und zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber den Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. So sei euch nun kundgetan, ihr Männer, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Seht nun zu, dass nicht über euch komme, was in den Propheten gesagt ist. Habakkuk 1, Vers 5. Seht, ihr Verächter, und wundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk zu euren Zeiten, dass ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Als sie aber hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Und als die Versammlung auseinandergingen, folgten viele Juden und fromme Proselyten Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Dieser Text befindet sich mitten in der Auseinandersetzung zwischen den Aposteln und den Oberen der Juden, den Vorstehern der Synagogen. Denn es ist ganz klar, hier prallt etwas aufeinander. Da ist einerseits die Gruppe derer, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, und hier ist andererseits die Gruppe derer, die sagen, er ist der Messias, er ist auferstanden, er ist lebendig, er lebt, er ist gegenwärtig, und Gott hat in Jesus seine Heilsgeschichte erfüllt. Und da prallen tatsächlich Welten aufeinander. Und es kommt zu erheblichen Spannungen und zu erheblicher Auseinandersetzung. Das ist übrigens eine ganz typische Folge der Verkündigung des Evangeliums von Anbeginn an, dass die wahrhaftige Verkündigung des Evangeliums nicht etwa zur Harmonie führt in der Zuhörerschaft, sondern in aller Regel zur Trennung. Nämlich in die Trennung derer, die der verkündigten Botschaft ihr Vertrauen schenken und derer, die sie ablehnen. Also wenn wir der Illusion erliegen, dass wenn wir nur richtig das Evangelium verkündigen, dass uns dann alle folgen werden oder dass alle zum Glauben kommen werden oder dass wir Harmonie erleben werden, dann haben wir uns in den Finger geschnitten. Die Botschaft von Jesus ist so eindeutig und so klar, dass sie zur Entzweihung führt. Auch davon hat Jesus immer wieder gesprochen, dass es zu Trennungen kommen wird. Sogar in Familien, sogar bei Menschen, die sonst sehr nahe stehen. Weil der eine den Anspruch von Jesus sich zu Herzen nimmt und der andere nicht. Und der Anspruch von Jesus ist ja zum Beispiel der, dass er der Herr ist. Nicht eine Lebensmöglichkeit, sondern der Herr, auf den die Weltgeschichte zuläuft, vor dem sich am Ende alle im Gericht verantworten müssen. Der Herr, der gleichzeitig der Retter und der Richter ist. Und an ihm scheiden sich die Geister. Das ist überhaupt keine Frage. Die Oberen der Juden und die Leute in der Synagoge, wo die Apostel hier diese Verkündigung halten, sie wollen das Evangelium von Jesus nicht annehmen. Sie wollen in dem bleiben, was sie bisher geglaubt haben und für richtig hielten. Und so sagen die Apostel, so sei euch nun kundgetan, in Vers 38, ihr Männer, liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und in all dem, worin ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerecht werden konntet, ist der gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Das war damals eine ungeheuer frische und auch unerwartete Botschaft, dass durch Jesus Christus, durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben am Kreuz, durch seine Auferstehung er Vergebung der Sünden erwirkt hat. Und dass das, was die Menschen versucht haben, die Angehörigen des Volkes Gottes ihr ganzes Leben lang versucht haben, nämlich durch das Einhalten des Gesetzes vor Gott gerecht zu werden, an dem die fortlaufend gescheitert sind, dass das nun ein für allemal geklärt ist, ist dadurch, dass Jesus Christus den Preis bezahlt hat für die Sünden der ganzen Welt, für die Trennung aller Menschen von Gott, die dadurch entsteht, dass wir ohne Gott und gegen Gott leben. Diese Botschaft war für die Oberen der Juden und für die Treuen in der Synagoge damals eine Zumutung. Viele haben es nicht hören wollen. Wir kommen da in den nächsten Tagen noch einmal drauf, wenn wir den Text weiterverfolgen. Andere wollten mehr davon hören, sie waren angesprochen, sie waren berührt davon, sie ahnten, möglicherweise ist das tatsächlich die Antwort. Und so kommt es hier dazu, dass die Apostel sagen, der ist gerecht gemacht, der an ihn glaubt. Und das ist gleichzeitig der Kernpunkt der Reformation im 16. Jahrhundert. Dass wiederentdeckt wurde, die Gerechtigkeit, die wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können, die können wir uns nicht erarbeiten, die gibt es nur geschenkt. Und zwar durch den Glauben, durch den Glauben an Jesus Christus, den Herrn. Dabei ist wichtig zu verstehen, wenn hier der Begriff Glauben verwendet wird, dass das nicht mit Fürwahrheiten übersetzt werden kann. Der ist gerecht gemacht, der Jesus für wahr hält, der die Vergebung der Sünden für wahr hält. Nein, das wäre zu kurz gegriffen. Der griechische Begriff für Glauben heißt Pistoio. Und das ist etwas ganz anderes, das ist ein Beziehungsbegriff. Der heißt Vertrauen. Oder man müsste noch besser sagen, sich vertrauensvoll anvertrauen. Das ist ein ganz starker Beziehungsbegriff. Das heißt, der ist gerecht gemacht, der sich Jesus Christus vertrauensvoll anvertraut. Da spürt man schon, dass es um mehr geht, als nur darum, dass man sozusagen die richtige Glaubenserkenntnis hat und deswegen Vergebung der Sünden erfährt. Hier geht es darum, dass wir mit unserem ganzen Leben uns diesem Evangelium anvertrauen, diesem Herrn Jesus Christus vertrauensvoll anvertrauen. Dass wir bekennen, ja, ich bin ein Sünder, ich bin eine Sünderin. Ich brauche die Vergebung Gottes. Und ich glaube dem Wort, ich glaube der Verkündigung von Jesus und vertraue mich deshalb vertrauensvoll Jesus an. Das ist viel mehr als etwas für Wahrheiten, sondern es ist eine Lebensentscheidung, die mich hineinnimmt in eine Bewegung für den Rest meines Lebens. Wir haben leider oft eine billige Gnade aus dem Kern der Reformation gemacht. Gerecht allein aus Glauben, gerecht allein aus Gnade. Das hat oft dazu geführt, dass Christen sich der Vergebung und der Ewigkeit gewiss waren und dann aber dennoch ein beliebiges Leben gelebt haben oder leben. Dietrich Bonhoeffer hat das mit Recht angemahnt und hat gesagt, dass das ein Leben aus der billigen Gnade ist, was nie intendiert war von Jesus und auch nicht von den Aposteln und auch nicht von der Bibel. Wenn wir uns Jesus Christus vertrauensvoll anvertrauen, seiner Gnade anvertrauen, Vergebung unserer Schuld empfangen, dann hat das kein beliebiges Leben zufolge, sondern ein an ihn immer mehr hingegebenes Leben zufolge. Einer meiner theologischen Lehrer, der damalige Rektor des Theologischen Seminars in Hamburg von den evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, Edwin Peter Brandt, hat immer gesagt, die Heiligung ist die Folgewirkung der Rechtfertigung. Das heißt, natürlich werden wir nicht durch unsere guten Werke oder durch unsere Charakterveränderung vor Gott gerecht. Nein, das werden wir allein durch seine Gnade und durch seine Vergebung. Aber das führt selbstverständlich in die Heiligung, Christus ähnlicher werden zu wollen. Und das hat zur Folge, dass es kein Leben in Beliebigkeit ist, sondern ein Leben in der Frage, Herr, was soll ich tun? Was entspricht deinen Geboten? Was entspricht deinem Willen? Das Stichwort Selbstbestimmung ist ja heute ein ganz großes Wort, dass der Mensch selbstbestimmt lebt. Wenn wir das anwenden auf den Ruf in die Nachfolge Jesu, dann heißt das, ich entscheide selbstbestimmt, dass ich Jesus Christus folgen will. Dass ich nicht mehr einfach beliebig lebe, sondern dass ich nach seinen Geboten und seinem Willen frage. Und dass ich ihn, meinen Herrn, sein lasse. Das ist im Neuen Testament, das ist bei Jesus, das ist bei den Aposteln die selbstverständliche Folge der Annahme des Evangeliums. Und wo wir dem Missverständnis der billigen Gnade aufgesessen sind, gilt es umzukehren und ganz neu zu sagen, dem, dem ich mich anvertraut habe, dem will ich auch folgen. Und uns allen gilt, dass wir von ganzem Herzen immer mehr Jesus folgen wollen. Und dass wir so selbstbestimmt uns immer abhängiger machen von ihm und ihm immer besser zur Verfügung stehen. Das ist Christsein, wie das Neue Testament es versteht. Das hat nichts, aber rein gar nichts mit billiger Gnade oder beliebigem Leben zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass ich verstanden habe, welchen großartigen Preis Jesus bezahlt hat für meine Rettung. Nämlich, er hat mit seinem Leben bezahlt. Und dass die einzig angemessene Antwort darauf nur sein kann, ihm auch mein Leben zur Verfügung zu stellen, bis ich ihn in der Ewigkeit sehen werde. Herr Jesus Christus, so danken wir dir gemeinsam für diese unglaublich gute Nachricht, dass die Gerechtigkeit, die wir brauchen, um vor Gott bestehen zu können, uns von dir geschenkt wird, allein aus Gnade und allein dadurch, dass wir uns dieser Gnade anvertrauen. Und gleichzeitig spüren wir, dass das keine Einladung ist zu beliebigen Leben. Und deshalb bitten wir dich um Vergebung, wo wir billig aus der Gnade leben. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns deutlich machst, welche Lebensbereiche wir dir bisher vorenthalten, wo wir nicht nach deinem Willen fragen, sondern tun und lassen, was wir wollen. Und ich bitte dich, dass dieses Wort uns dazu führt, dass wir erneut deine Vergebung suchen und dass wir erneut uns dir anvertrauen und von ganzem Herzen dir folgen, gerade in den Lebensbereichen, wo wir das bisher vernachlässigt haben. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns durch diese Andacht dazu herausforderst und uns dazu führst, dass unsere Hingabe an dich tiefer und ehrlicher wird. Dazu hilf uns, Herr, auch heute. Amen. Das war die Atempause vom 1. Juli, der begeisternde Kern der Reformation. Wer begriffen hat, was der Kern ist, der weiß auch, dass es darum geht, Jesus von ganzem Herzen zu folgen. Vielleicht kannst du jetzt eine sehr persönliche Gebetszeit haben und Jesus die Dinge bringen, die du ihm bisher vorenthältst. Wir sehen uns morgen am Sonntag wieder. Darauf freue ich mich zur nächsten Atempause. Bis dahin. Gott segne dich und Gott behüte dich. Bis morgen.